Herzlich willkommen zu meinem ersten Kurzvideo zum Thema Betriebssystem Windows 10 Grundlagen Grundkompetenzen und da zeige ich dir gleich etwas was wenige von euch wahrscheinlich bis jetzt gesehen haben es gibt hier eine sogenannte Tipps App bei Windows 10 da kannst du geordert nach bestimmten Themen dir einige Tipps dann anschauen von den ersten Schritten für Windows 10 das kennst du vielleicht wenn du Windows 10 selber aufgesetzt hast wenn du bestimmte Programme deinstalliert hast Tipps für Teams zum Beispiel als Microsoft Teams natürlich gemeint Remote Lernen und dergleichen mehr also Remote ist Fernbedienung des Computers von weiter weg und starten tust du diese App ganz einfach indem du zum Startmenü unter Windows gehst und Tipps ein Tipps ich habe jetzt hier Tipps eingegeben du siehst hier habe ich die Tipps App und wenn ich da drauf drücke klicke dann wird genau dieses Fenster geöffnet das wäre es für dieses Video gewesen und wir sehen sicherlich bald wieder im nächsten Video